Bauer sucht Frauster, Anna Heiser ist ganz vernaht in ihren kleinen Leon. Und richtig, schon der Name des Sprösslings, der Anfang 2021 geboren wird, verrät, die 31-Jährige ist eine richtige Löwenmama, die sich herzallerliebst um ihren Schatz kümmert. Doch auch eine frischgebackene Mama verdient sich mal eine Pause, denkt sich die gebürtige Polin mit Wohnsitz in Namibia. Nachdem sie vor kurzem in einem ehrlichen Posting verrät, bald abstillen zu wollen und dadurch in ihrer Mama-Rolle Gewissensbisse hat, gönnt sich Anna etwas Me-Time, also einfach mal Zeit für sich ohne Baby Leon. Das Ziel? Ein Wellness-Hotel. In einem dezenten, aber sexy schwarzen Badeanzug genießt Anna die Sonne Namibias und das kühle Nass. Mit cooler Bastmütze und Sonnenbrille posiert sie für die Linse, dabei sieht sie herrlich entspannt aus. Ja, das war definitiv die richtige Entscheidung und nein, ich bin keine Rabenmutter, schreibt sie dazu. Auch wir finden, jede Mama hat mal eine Auszeit verdient. Mit dabei drei enge Freundinnen, mit denen Anna die Zeit im Pool, im Spa und abends auch beim Tanzen genießt. Doch bereits am nächsten Tag steht fest, mein Akku ist aufgeladen, ab zu meinen Männern. Zufrieden und sichtlich erholt hält sie die wenig später bereits wieder in den Armen. Was für eine süße Familie!